Wir sind hier in der Botschaft. Ja, genau. Bitte, Jungs. Alles gut. Entschuldigung, wie heißen Sie? Hans, dein Lieblingswort? Ja, genau. Bitte? Sie, alles gut? Entschuldigung, wie heißen Sie? Florian. Florian, hallo Florian. Mein Lieblingskumpel hier. Kevin, was machst du? Wo gehst du hin? Weil du hast mir kein Wasser gewohnt. Achso, ja, es ist weg. Ausverkauft. Ja, genau. Ja, genau. Mal gucken hier. Ich komme, Kevin. Ich komme mit dir. Etwas zu essen? Oder hast du schon alles gegessen? Nein. Nein? Alles ist fest weg. Hier ist unser Superstar. Es ist keine Zeit für uns. Es ist immer auf dem Handy. Entschuldigung. Wir gehen rein hier. Was macht die Jungs? Sie sind nicht so freundlich. Hallo, sitz zusammen. Hallo, Christoph. Hans, wie geht's? Danke. Super. Pidi? Hallo, Herr Bata. Hallo, Hans. Alles gut? Wieso bist du alleine, Gogi? Hey, Gogi? Rufst du einen Freund? Hey? Na, na, okay. Nur Spaß, nur Spaß. Lass mich mal. Das war's. Tschüss. Das war's. Tschüss. Vielen Dank.